Mein heutiger Musik-Tipp kommt aus einer aktuellen Produktionsreihe zum Thema Filmnoir und Neonoir. Filmnoir stammt ursprünglich aus dem expressionistischen Stummfilm und schwarz-weiß Filmproduktionen des letzten Jahrhunderts. Die Filmmusik ist oft sehr auffällig und überzeichnet mit klassischen und mit Jazz-Elementen. Wie immer finden Sie diesen Titel in meinem Shop online und natürlich im Complete Musikarchiv. Hören Sie mal rein und vergessen Sie nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Alsatum, was er bei mir aus dem Beispiel, Ich bin der A$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ Untertitelung des ZDF, 2020